Canon kündigt die Mutter aller Flaggschiffe an, Sigma hält mit der Mutter aller Dritthersteller Objektive dagegen und Fuji stellt die Tochter der X-T5 vor. Willkommen zur ersten Familienausgabe von Fotografix News. Heute ein Tag früher und... Mit einer neuen zweiten Perspektive. Wenn ihr mir auf YouTube gerade zuschaut, dann blickt ihr gerade durch eine zweite Kamera, die ich in den nächsten Wochen für Fotografix ausprobiere. Schreibt mir doch mal in die Kommentare unten, um welche Kamera es sich vielleicht handeln könnte. Ein Tipp, um Rolling Shutter brauche ich mir keine Gedanken machen. Keine Gedanken und Sorgen machen müsst ihr euch auch bei unserem Sponsor Fotokoch, denn dort gibt es noch immer die große Sofortrabattaktion für Nikon. Besonders interessant ist dabei das Angebot für die Nikon Z8, die dank 500 Euro Sofortrabatt auf einen Preis von unter 4.000 Euro gerutscht ist. Bekommt sie für 3.979 Euro. Link gibt es natürlich in den Shownotes. Canon hat wenige Stunden vor dieser Aufnahme zum ersten Mal offiziell von der EOS R1 gesprochen. Die Mark in seiner News die Mutter aller Flaggschiffe genannt hat. Das ist angelehnt an Canons offizielle Aussage, dass die EOS R1 das erste Flaggschiff für das EOS R-System ist. Diesen Satz musste ich leider ein bisschen komplizierter gestalten, denn Canon hat die R1 nicht offiziell vorgestellt, sondern nur deren Entwicklung angekündigt. So heißt es in der offiziellen Pressemitteilung, wir kündigen die Entwicklung der EOS R1 an, das spiegellose EOS Flaggschiff, mit dem du der Konkurrenz immer einen Schritt voraus bist. Final vorstellen wird Canon die Kamera also zu einem späteren Zeitpunkt. Aber was wissen wir denn jetzt schon über die Kamera, wenn sie jetzt schon offiziell angekündigt oder die Entwicklung angekündigt wurde? Naja, so ganz viele Details gibt es leider noch nicht. Es wird angeblich einen neuen CMOS-Sensor geben, über den Canon aber noch nicht so viel verrät. Wie viele Megapixel die Kamera bieten wird und ob es auch einen Global Shutter gibt, das steht aktuell noch in den Sternen. Canon wird allerdings einen neuen Digic Acceleration Prozessor integrieren, der mit dem Digic X Prozessor zusammenarbeitet. Dank eines neuen Image Processing Systems soll es zudem eine bessere Bildqualität geben, die unter anderem durch Deep Learning Technologien entstehen wird. Im Vergleich zu R3, das ist ja das aktuelle Canon Flaggschiff für den Profibereich, soll die Performance von Fotos und Videos erheblich verbessert werden. Motive können zudem schneller und präziser erkannt werden. Der Autofokus führt zudem kontinuierlich nach, auch wenn Motive kurzzeitig nicht zu sehen sind. Zwei Sachen aus der Pressemitteilung finde ich noch relativ spannend. Die Funktion zur Rauschunterdrückung, die bisher nur als Anwendung in der Software Neural Network Image Processing Tool zur Verfügung stand, soll jetzt in die Kamera integriert werden. Darüber hinaus verfolgt die neue Funktion Priorität Action. Das Hauptmotiv in Sportszenarien anhand von Schlüsselmomenten, wie etwa Aktionen, wenn ein Spieler gerade einen Ball schießt oder, weiß ich nicht, ein Volleyballspieler den wegpritscht. Ich glaube, so heißt es. Insgesamt hält es sich Canon also noch zurück, allerdings gibt es jetzt schon ein offizielles Bild der R1 und auf diesem ähnelt die R1 der R3 wirklich stark. Auf YouTube habe ich euch die beiden Kameras mal nebeneinander gepackt. Wir sehen hier, dass vor allem die Textur der Oberfläche und die Form der Knöpfe auf der Vorderseite anders sind. Zudem scheint die R1 vor allem auf der rechten Seite beim Griff etwas größer geworden zu sein. Was machen wir also jetzt mit so einer solchen Ankündigung? Eine Ankündigung, die sich im Grunde genommen auf, wird in allen Belangen besser, als unsere bisherigen Modelle runterdestillieren lässt. Auf jeden Fall hebt Canon dadurch die Erwartungen an der R1 noch ein bisschen weiter an, die sich bereits mit Modellen wie der Nikon Z9 und auch den Sony Modellen Alpha 9 III und der Alpha 1 messen muss. Gelingt dieser Coup? Schreibt mir eure Meinung und eure Einschätzung gerne in die Kommentare. Noch während ich das Skript für die neue Folge Fotografics News geschrieben habe, kündigte Sigma auf einmal das 24-70mm f2.8 DG DN2 aus der A-Serie an. Damit erscheint tatsächlich der Nachfolger des beliebten Immerdraufs für den E-Mount und für den L-Mount. Laut Presseingaben ist das neue Objektiv um ca. 7% kleiner und um 10% leichter als der Vorgänger. Konkret sinkt das Gewicht auf 745g, vorher waren es 830g an Sony-Kameras und 835g an Kameras mit L-Mount. Was gleich geblieben ist, sind neben dem Brennweitenbereich und der durchgehenden Offenblende von f2.8 die Konstruktion mit 19 Elementen in 15 Gruppen. Im Detail hat Sigma an der optischen Konstruktion so gefeilt und setzt zum Beispiel noch mehr auf esphärische Linsen. Noch immer gibt es elf Blendenlamellen und einen Filterdurchmesser von 82mm. Verbessern konnte Sigma allerdings die Nahentstellgrenze beim Fokussieren. Im Weitwinkel liegt diese jetzt bei 17cm, im Weitwinkel und 34cm im Tele. Das sind keine großen Sprünge, allerdings verbessert sich der Abbildungsmaßstab dabei auf 1 zu 2,7 im Weitwinkel und 1 zu 4 im Tele. Wie Bilder im Vorfeld bereits angedeutet hatten, stattet Sigma das Zoom-Objektiv jetzt zudem mit einem Blendenring aus. Wie erwartet können Videografen hier auf Wunsch den Klick ausstellen, um Störgeräusche und Abstufungen beim Film zu vermeiden. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Die Größe liegt jetzt bei knapp 89x120mm. Am E-Mount war das Objektiv vorher immerhin knapp 5mm länger. Der Durchmesser ist genau gleich geblieben. Sigma gibt zudem an, dass das Auflösungsvermögen über den gesamten Zoom-Bereich verbessert wurde. Darüber hinaus soll der neu entwickelte HLA-Linearmotor eine deutlich höhere Antriebsgeschwindigkeit bieten. Zum Zeitpunkt der Aufnahmeliste sieht man noch keinen offiziellen Preis auf der Homepage. In Online-Shops wird es aber bereits für 1.349 Euro gelistet, also ein bisschen teurer als der Vorgänger. Verkaufsstab soll der 30. Mai sein. Vor zwei Wochen gab es eine große Fuji-Vorschau hier bei Fotografx News, da im Vorfeld des großen Events schon sehr viele Infos geleakt wurden. Und jetzt ist das Event vorbei und was soll ich sagen? Na gut, stimmt soweit alles. Können wir also abschließen. Nein, ich fasse natürlich nochmal alles zusammen. Konkret hat Fuji die X-T50, die GFX100 S2 und ein neues 16-50mm Kit-Objektiv sowie eine neue Tele-Festbrennweite für das Mittelformat präsentiert. Starten wir mal mit der X-T50. Positioniert wird die X-T50 als günstigere Alternative zur X-T5 mit gleichem Sensor und gleichem Bildprozessor. Wir bekommen also einen 40 Megapixel starken APS-C-Sensor, der mit dem X-Prozessor 5 zusammenarbeitet. Ein 5-Achsen-Bildstabilisator, der bis zu sieben Blendenstufen ausgleichen soll, ist ebenfalls mit an Bord. Qualitativ sollte die X-T50 also ungefähr an die X-T5 heranreichen. Vergleichen wir aber beide Kameras. Dann fällt auf, dass die minimale Verschlusszeit mit einer viertausendstel Sekunde geringer ausfällt. Mit mechanischem Verschluss fällt die Seriengeschwindigkeit zudem auf 8 statt 15 Bilder pro Sekunde. Aber mit elektronischem Verschluss liegt die X-T50 mit 20 Bildern pro Sekunde gleichauf mit der großen Schwester. Oder ich glaube am Anfang habe ich sie die Mutter genannt. Ebenfalls im Nachteil ist die X-T50, wenn wir durch den elektronischen Sucher schauen. Hier gibt es 2,36 Millionen Bildpunkte und eine 0,62-fache Vergrößerung. Nicht gerade berauschend, aber in dieser Produktkategorie durchaus noch hinnehmbar. Das Display misst wie bei der X-T5 3 Zoll und wieder könnt ihr es nur nach oben und nach unten neigen, nicht etwa zur Seite nach vorne klappen. Das könnte ein kleiner Dämpfer für euch sein, wenn ihr euch ganz gerne selbst filmt. Zumal die Videospezifikationen mit maximal 6,2K bei 30 Bildern pro Sekunde und 4K bei 60 Bildern pro Sekunde in 10 Bit und mit einer Farbunterabtastung von 4,2,2 durchaus performant sind. Bevor wir zur neuen Mittelformat Kamera kommen, noch ganz ganz kurz zum Gehäuse. Im Vergleich zur X-T30 II, das ist ja die Vorgängerin, ist die Kamera etwas größer und schwerer geworden. Sie bringt jetzt 438 Gramm auf die Waage. Das sollte aufgrund der überarbeiteten Haptik und des überarbeiteten Griffes allerdings nicht allzu sehr auffallen. Schön zu sehen ist, dass Fujifilm tatsächlich ein Wahlrad für Filmsimulationen integriert, wobei dafür natürlich das alte Rädchen weichen muss. Gegen Staub und Spritzwasser ist das Gehäuse im Übrigen nicht geschützt. Kurz noch der Preis, denn das ist noch auffällig. Die X-T50 ist nämlich deutlich teurer als ihre Vorgängerin. So müsst ihr mindestens 1499 Euro einplanen und dann bekommt ihr nur den Buddy. Zusammen mit dem neuen 16-50mm f2.8 bis 4.8 werden stolze 1899 Euro fällig. Neben den beiden APS-C Produkten hat Fuji auch Neues für Mittelformat-Fans im Angebot und zwar die GFX 100 S II, die stolze 2.500 Euro günstiger ist als das aktuelle Mittelformat-Flaggschiff von Fuji. So einen Preis von 5.499 Euro müsst ihr als Abstriche einen anderen Sucher hinnehmen, also einen anderen elektronischen Sucher hinnehmen. Diesen könnt ihr dann nicht mehr abnehmen, was dank einer hohen Auflösung von 5,76 Millionen Bildpunkten aber auch gar nicht wirklich nötig ist. Die Vergrößerung konnte Fuji ebenfalls verbessern und zwar von 0,77 auf 0,84. Die größten Einschränkungen finden sich also bei den Videofunktionen. 8K-Videos bleiben nur der teureren GFX 100 II vorbehalten. Immerhin schafft das günstige Modell aber auch 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde. Mit einem Gewicht von 883 Gramm ist die Fujifilm-Kamera zudem die leichteste Kamera in Fujifilms Mittelformat-Line-Up. Und so ist sie auch deutlich leichter als das 500mm f5.6, das Fuji zusätzlich für das Mittelformat präsentiert hat. Denn das Objektiv wiegt stolze 1,4 Kilogramm und ist ganz passend auch mit dem 1,4-fach Telekonverter kompatibel. Und das Objektiv erscheint für 3.899 Euro. Verzeiht mir, dass ich an dieser Stelle abbrechen würde und auf den ausführlichen Artikel in den Shownotes verweise. Denn wir sind noch lange nicht durch mit den Themen der Woche. Am 22. Mai wird Panasonic die neue LUIX S9 vorstellen. Inzwischen ist sogar bereits ein Teaser-Video auf Instagram erschienen. Und daher möchte ich schon mal ein wenig über die Gerüchte zur neuen kompakten Panasonic-Kamera reden. Denn geleakte Bilder zeigen bereits, dass die S9 wirklich kompakt ausfallen wird. Maße habe ich noch nicht für euch, aber unter und über dem Bayonet sind jeweils nur wenige Millimeter Platz. Zusammen mit der neuen Kamera soll Panasonic zudem neue Pancake-Objektive, das ist dann ein 18-40mm Zoom und eine Festbrennweite auf den Markt bringen. Die Kamera selbst soll mit 24 Megapixeln auflösen und es euch ermöglichen, eigene LUTs, LUTs, zu importieren. Dadurch ließen sich die Fotos und Videos direkt in der Kamera mit einem eigenen Look versehen. Eventuell spendiert Panasonic der Kamera sogar einen eigenen LUT-Knopf. Das würde vor allem für filmende Sinn ergeben und dazu passen, dass Panasonic mit der Kamera die ZV-Modelle von Sony kontern möchte. Für einen elektronischen Sucher ist dann aber noch kein Platz mehr. Preislich soll die Kamera rund 200 bis 300 Euro unterhalb der Panasonic S5 II liegen. Wir gehen aktuell von 1899 Euro aus. Direkte Hinweise gibt es hier aber noch nicht. Auch die bisher längste Ausgabe von Fotografx News muss mal irgendwann ein Ende finden. Vorher will ich euch aber noch ganz kurz von Sonys neuen Kamerasmartphones berichten. Das Sony Xperia 1.6, also Mark VI, gleicht ein Manko aus, das ich beim Vorgänger wirklich ziemlich ungünstig fand. Denn eine Besonderheit der letzten Xperia Flaggschiffe, und das finde ich wirklich cool, ist, dass es einen optischen variablen Zoom gibt. Dieser wies sich in einem Test für ein anderes Technikmagazin, den ich mal geschrieben habe, aber eher als weniger nützlich, da die Brennweite bei 125 Millimetern anfing. Jetzt reicht der Variable Zoom, aber von 85 bis 170 Millimeter, also ganz gut geeignet für Portraitaufnahmen. Ebenfalls sinnvoll ist, dass Sony von der 4K-Auflösung beim Display abweicht. Statt echtem 4K gibt es jetzt Full HD+, was genau 2340 mal 1080 Pixeln entspricht. Das ist stromsparender und einen Unterschied sieht man womöglich sowieso nicht. Das neue Xperia 1.6 erscheint für stolze 1399 Euro. Alle Infos hat Jonathan für euch zusammengefasst. Seid ihr auch so erschlagen von allen Infos? Falls ja, dann möchte ich noch einmal auf all unsere Artikel und Ankündigungen auf fotografics-magazin.de hinweisen. Ich schnappe mir gleich meine Systemkamera und ein analoges Objektiv, was ich gekauft habe. Das ist ein Konica 35mm f2.8. Das werde ich dann an den Sony E-Mount adaptieren und ganz viel Spaß dabei haben. Denn ich bin in letzter Zeit häufiger mal dabei, alte Objektive an meiner Systemkamera zu nutzen. Wenn euch das interessiert und euch meine Meinung oder Erfahrungen oder Tipps im Bezug auf das Adaptieren von analogen Linsen auf Systemkameras interessieren, dann lasst mir das gerne in den Kommentaren wissen und dann kann ich auch dazu mal ein Video machen. Und wo ihr gerade dabei seid, mit einem Gefällt mir und einem Abonnement unterstützt ihr Fotografics News und bekommt jeden Freitag, außer bei dieser Ausgabe, da sie schon Donnerstag erscheint, alle wichtigen Kamerainfos. Ich bedanke mich, wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende und sage auf Wiederhören.